Ich verstehe, wie das gut verhält. Schau, alles schon in grün. So, und 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 und. Okay. Hey Gamerinos, ich bin Marc, der BiMac und wir sind wieder im Lifthill-Spiel. Ich spiele immer noch Early Access, Version 0B.02.31 Ja. Und im ersten Level oder in der ersten Welt sind wir schon recht weit. Jetzt spielen wir mal Eagles Creek. Hi Landtonner, du. Es ist immer lustig, jetzt machen wir seit kurzem wieder mal wieder so Youtube-Videos. Und es ist unglaublich, aber da gibt es Leute, die das schauen. Deswegen immer noch so schön. Oh, wir geben mir da mal. So. So. Ist das doch nicht too heavy? Scheisse drauf, komm. Ja, ja, komm. So rüber. Go for it. Sammy Klaus kann das. Okay, vielleicht sollte ich noch warten. Ah, ich habe es komplett verkehrt gemacht. Ah, wie der Scheisse. Ah, das ist ja Jump oder Support. Okay. Ah, es wird. So. So. Das wäre der Jump. So. Hä? Ist das gut? Nein, jetzt lässt man das Mass gerade nicht. Komm du mal. So. 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 Hey, super gut. So eine Scheisse. So. 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 ather. So. 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 und das Ding hier verbinden. Aber wenn es nicht gut ist, dann ist mir scheissegal. Let's go! Schau jetzt, schau jetzt, wie eine Freude hat. Oh, oh, da habe ich vergessen. Das wird hier vielleicht noch so ein... Und so und so. Jetzt, schau jetzt. Schau jetzt, alles schön grün. So und 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 und. Okay. Vielleicht muss ich ein wenig ab. Vielleicht hilft das. Hey, es ist steil. Gut, das ist ja auch etwas. Gehen wir mal so, he? Mal schauen, wo jetzt kommt. Das ich hätte auch keinen Speed bekommen. Mal schauen, wie er jetzt so tut. Ah, noch dran. Ich glaube, wir müssen noch ein wenig mehr geben. Wir müssen noch ein wenig geben. Ich weiss gar nicht, wie viel Geld wir haben. Aber... Scheisse. Komm. Komm da. Uh. Jetzt, 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 jetzt. Aha, aha. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das hinbringen. So geht's. Jetzt müssen wir schauen. So. Jetzt müssen wir schauen. Jetzt sind wir zu teuer. Und wenn ich nicht so bleibe. Hä, hä, hä. Hä, hä. Hä, hä. Hä, hä, hä. Hä, hä. Hä, hä. Uh, aber ganz nah dran. Ich habe das Gefühl, ich bin immer noch zu hoch. Höch. Da hat er so keine Geschwindigkeit. Wenn er drüber rauskommt. Uh, ja, ja. Also, warte. Das ist nicht too much. Also, komm. Jetzt gehen wir mal schön. So. Mal schauen, ob er da... Also, das hat... Aha. Und. Uh. Aber, aber schau jetzt, hä. So schlecht ist das gar nicht. Vielleicht hilft das. Das hilft auch einen riesen Scheiss. Und. Also, warte mal schnell. Hä, jetzt bin ich zu teuer. Aber den kann ich wegnehmen. So, jetzt müssen wir schauen. Jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht's. Ja, schau jetzt, schau jetzt, schau jetzt, schau jetzt. Der kleine Profi. Komm, komm. Uh. Wenn ich jetzt noch abkumpen, komm. So, und jetzt runter. Und, 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 komm. Komm, 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 komm. Ah. Ja. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Aber jetzt bin ich schon. Also, schau jetzt hier. Jetzt, jetzt gehen wir crazy. Jetzt haben wir es probiert. Und wir merken. Ah, es ist einfach zu wenig. So, jetzt komm. So, jetzt. Blöden Scheissdreck. Jetzt, so. Ja, das ist hochkarätig. Jetzt müsste ich da reinziehen. Hä, jetzt. Da gibt's. Ah, kann ich nicht. So. Und so. Und so. Ich sehe, das ist schweiz. Oh, Scheisse. Komm, komm, komm. Oh. Hä? Schauen wir das noch einmal an. Ein Träumli. Wumm. Hä? Seiteneviel. Oh, jetzt nimmt's mich unten. Ich habe das Letzte. Jetzt gehen wir schnell schauen. Eine Retour. Ja, das habe ich durch das Mainmenü. Ich habe alle Ziele beim Letzten erfüllt. Ah, schau hier. Komplett without any breaking. Das müssen wir noch verändern. Sorry. Das geht nicht mehr. Das sind wir schon. Aber schaut. Das bringt mich hin. Von dem Ding her ist ja gut. Nein, nicht so. Schlecht ist ja die grundsätzlich nicht. Ich will jetzt so machen. Ist das der Beste? Was meinst du? Ja, er muss mühen. Komm, komm, komm. Ja, ja. Ja. Aber jetzt mal. Wie immer sein. Warte, warte. Und, 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 und. Ja, jetzt. Das müsste, jetzt müsste es gut sein. Hä? Gut. Gehen wir zum nächsten. Wir müssen runter. Okay. Was haben wir hier? Ah, das ist so einer. Ah, I see. Also müssen wir hier auf jeden Fall schon mal probieren, so etwas wie ein Gap zu machen. Ob das gut kommt, ist die andere Frage. Ja, super. Das fährt schon sehr gut dann. Jetzt machen wir es von oben runter. Ah, das muss über den Shit drüber, hm? Okay. So. 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 Ja, das ist jetzt einfach da. So. So. Nein. Also komm. Das ist schon mal easy, oder? So. Sehr gut. Also das ist schon mal etwas. Dann nehmen wir hier noch. Okay. Lägt das auch nicht? Nein. Schauen wir mal, ob es kommt. Aha. Jetzt. Wir werden es jetzt erleben, ob das gescheit ist. Oh shit. Oh nein. Oh nein. Das ist schon mal viel zu hoch. So. Warte. Wollte ich es auch machen? Oh, schau. Es ist jetzt gut. Komm. 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 Oh nein. Okay. Hier ist kein Problem. Okay. 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 Jetzt springen wir hin. Jetzt springen wir hin. Jetzt springen wir hin. Es sieht gut aus. Was ist das? Sumi Close. Alles hier. Schafft es das echt, der Sumi Boy? Komm. Komm. Ja. Ja. Scheisse. Hab ich auch noch Stutz? Dann machen wir das hier noch so. Da. Stützer sich auf, oder? Wenn man von wegkommt. Ah! Es sieht gut aus, komm, so wie ich los kann das. Samy Klaus kann das unten, ja, ja und ich schreie, 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 es sieht recht safe aus. Es sieht recht safe aus. Und oben, und oben, ja, ja, komm, komm, Samy Klaus schafft es, guter Samy Klaus. Hä? Ja, 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 ja. Ja, schau, jetzt geht ihr uns nichts aus, arm sich. Oh, tschüss. Oh mein Gott. Und der Nächste schafft es auch noch, und der Letzte. Yes. A klatsche für mich sauber. A klatsche für mich sauber. Ich bin echt ein Fan von dem Spiel. Wuhu, High Speed Mountain Travel, the future is here. Okay. Gondolas can carry up to three people at the time. They are also fast and more suited for larger distances. Und das... Ja, der hat... Du bist schässig auch. Also... Gondeln, he? Ja, gute Nacht. So. So. Ja, mal schauen. Keep it fucking simple, oder? Das sieht jetzt nicht mehr so schlecht aus. Ah, da ist noch so ein Sternchen, wo man noch so... Nein, he? Ich sehe das gerade. Ja, das können wir schon holen. Absolut kein Problem, oder? Wir sind schliesslich absolute Profis. Das ist jetzt gelogen gewesen. So. Und da hier... Dann nehmen wir den hier so. So. Dann nehmen wir ein bisschen... Ja, ja. Ein bisschen anmachen, da hier, dass es so hat. Oh, ja. Sollte es vielleicht in der Mitte auch noch etwas an. So. Ah, ja. Sollte es vielleicht noch... Äh. Sollte es vielleicht noch die Dinge reinmachen. Okay. Ah, das ist noch nichts gewesen. Ja, wie mache ich das mit dünnstigem Holz? Ja. Ja. Aber das brauche ich hier unten. Das ist für mich schon fast essentiell wichtig. Ja. 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 Auch wenn das kommt. Okay. Ja. 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 Geldtechnisch ist jetzt wirklich das Problem. Ja, so nehmen wir es noch einen weniger. Die Seile bringen eh einen Scheiss-Track irgendwie, habe ich das Gefühl. Das ist nur meine Meinung. Kein Problem, wir können noch die nehmen. Jetzt bricht es da unten, warte mal. Und wie immer noch zu wenig hoch? Da unten nimmt er, glaube ich, oder? Hey, da unten bin ich zu hoch und da unten... Hey, kotz jetzt! Edward. So oben. Und holen wir noch so einen rein. Hier. Und für diesen hier bist du zu wenig. So. Scheiss drauf. Jetzt muss ich Gott verdammt. Ja, nein, hier. Ja, das wäre gut. Und der andere nimmt er den an. Ein Stern haben wir. Zwei Stern haben wir auch. Jetzt sind nur alle safe rein gekommen. Oh, rot, 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 rot. Ja, nein, 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 alles gut, komm. Ja, ha, ha, schau. Komm, wir haben es geschafft, oder? Haben wir es geschafft? Yes. Der Rookie Mountain Piste complete. Achieved und unlocked. Und der Rookie Mountain Piste complete. 100%. Freude herrscht. Leck du mir. Wow, und jetzt kommen wir schon zu den Elbs. zur nächsten Welt. Aber die machen wir dann. Nächste Woche. Ich bin Marc. Ich bin der Bimag. Und wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Tschüss. 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 Tschüss.